1 Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, war heute mal ein kleines Tutorial und zwar habe ich im letzten Tutorial-Video, mehr oder weniger, das war ja das Tutorial zu diesem Template habe ich eben gefragt, ob ihr wieder ein Tutorial sehen wollt da habe ich mir jetzt eine Infocard gemacht, da meinten die meisten, jo, mach mal wieder eins ich habe auf jeden Fall Lust nochmal ein Tutorial zu machen ich würde mich auf jeden Fall mal freuen, wenn ihr mir Tutorial-Vorschläge in die Kommentare schreibt also so Sachen wie, ja, wie extrudest du, wie machst du verschiedene Effekte keine Ahnung, falls ihr irgendwas wissen wollt, sagt mir das einfach würde mich interessieren, weil dann weiß ich auf jeden Fall, was ich als nächstes für ein Tutorial machen kann deshalb schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare wir machen heute mal ein kleines Render-Effekt-Tutorial also zeige ich euch, wie man, also, ähm, es ist nicht komplett, wie man dieses Thumbnail macht sondern diese Effekte, die hier drauf sind ähm, wie man zum Beispiel aus so einem Render eben so einmachen kann, dass der eben so aussieht ihr seht, da sind halt Effekte drauf, das ist ein bisschen dunkler wie ich das mit dem Lightning mache ähm, das zeige ich heute mal komplett also ihr seht, ja, das ist jetzt ein anderer Screenshot und alles, aber der Render ist halt derselbe ähm, wenn ihr das Video seht, das wird jetzt wahrscheinlich ein anderen Mal rauskommen also ich werde das wahrscheinlich ein paar Tage später releasen, als ich das jetzt aufnehme dann wird dieses, ähm, dieser, dieser Render oder dieses Speed Art schon draußen sein das ist da ein Dual mit irgendwem, ich weiß gerade nicht wie er heißt ähm, auf jeden Fall ist es oben rechts verlinkt, falls ihr es nochmal anschauen möchtet das wird ein kleines Speed Art werden, könnt ihr euch gerne mal anschauen so, jetzt zeige ich euch erstmal, wie das Ganze funktioniert mit dem Lightning beziehungsweise mit den, ähm, Render Presets also erstmal braucht ihr jetzt, ähm, Fotoshop ich habe damals CS6 benutzt, ist jetzt eigentlich relativ egal, was ihr benutzt ähm, ich empfehle euch einfach die neueste Version 2017 was ist, glaube ich, 10 Euro jetzt im Monat momentan, ähm, ich habe es zum Beispiel auch gekauft ähm, ich habe damit auch gar kein Problem, ich finde sowas gut und ja, erstmal, ähm, kopiert ihr den Render und dann geht ihr auf Filter, ähm, Filtergalerie und dann, ähm, wählt ihr den, das ist der sogenannte Chrome Filter ich muss den gerade selber gerade mal ganz kurz suchen hier, Chrome Filter, ähm, dann seht ihr, hat das hier so ein ähm, Chrome-artigen, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt das ist halt Metall-artig, ähm, das bestätigt ihr einfach so dann, äh, setzt ihr die Deckkraft so ein bisschen runter dann seht ihr habt ihr eben so, so, ähm, leichte Effekte halt da drauf ich finde, das ist halt für, so ein bisschen, ähm, Effekt halt ganz gut also so ein kleiner Effekt macht ihr, äh, maximal 5% und minimal 1% halt ich meine, 1% reicht eigentlich auch schon ähm, ne, dann drückt ihr, geht ihr auf die beiden, also ihr geht auf den oberen Render drückt, ähm, Shift klickt auf den unteren Render oder klickt SDRG, weil damit könnt ihr die halt auswählen und, ähm, dann habt ihr beide ausgewählt rechtsblick auf, ähm, eine Ebene reduzieren habt ihr eben diesen Render so wie er ist dann geht ihr auf Filter verflüssigen, also ihr müsst den Render ausgewählt haben Filter verflüssigen und, ähm, dann macht ihr das so groß wie ungefähr der Kopf dieses Renders ist müsst ihr halt ein bisschen rumprobieren und, ähm, ja, so passt das Druck könnt ihr eigentlich so lassen ihr müsst halt nur ein bisschen weicher arbeiten das heißt, ihr bewegt jetzt den Kopf so ein bisschen dass der so ein bisschen runder aussieht so ein bisschen dicker, ähm, indem ihr hier oben dieses Verziehen Werkzeug benutzt dann geht ihr auf das Aufblasen Werkzeug macht wieder so groß, dass ihr ungefähr die Größe des Kopfes habt und klickt immer so ein bisschen leicht, dass es ein bisschen größer wird so dass ihr eben, ähm, dass es nicht zu krass aussieht wenn es, äh, für euch zu krass ist, könnt ihr entweder SDRG und Z gleichzeitig drücken dann macht ihr das rückgängig ähm, wenn ihr dann noch all dabei drückt, könnt ihr alle, ähm, Steps halt zurückgehen oder viele eben und, oder ihr geht hier oben auf dieses, äh, Zusammenziehen Werkzeug macht das auch so groß und zieht es halt so ein bisschen zusammen so könnt ihr halt ein bisschen bei dem Render gucken, wie euch das gefällt jetzt könnt ihr OK drücken und, ähm, ich finde das eigentlich so ganz gut so hat man halt den Kopf ein bisschen runder man muss es jetzt nicht so krass machen man muss halt gucken, wie es einem am besten gefällt gut, wenn ihr das habt, klickt ihr Rechtsklick, Fülloption dann habt ihr hier diese Fülloption dann fange ich meistens mit Glanz an dann seht ihr hier, ähm, wenn ihr das ganz hoch macht habt ihr eben immer diese Ecken hier das passt auch relativ gut zu dem Licht ähm, ihr müsst halt gucken, welchen Lightroom ihr habt und wie das am besten passt ich benutze jetzt, ähm, den, äh, keine Ahnung Moses, Moses Lightroom ich weiß nicht genau, wie er heißt ich werde es nochmal einblenden und auch wahrscheinlich in der Beschreibung verlinken ähm, wenn nicht, müsst ihr halt mal in meiner Stream-Beschreibung oder so gucken dort findet ihr auf jeden Fall meinen Lightroom so, dann, ähm, schaue ich halt, wie es am besten passt mit dem Licht hier ist das Licht jetzt ziemlich krass und hell deshalb würde ich das eher ein bisschen dunkler machen und, äh, so passt das auch dann gucke ich halt, beim Abstand kann ich die Stärke einstellen wie es halt heller ist, wie, ja, der Abstand eben soll ich's erklären, so passt das eigentlich ja, nicht da so, und dann die Größe ist halt, wie weich das eben ist so ist das ziemlich krass so sieht man halt, ähm, die Kanten ziemlich krass das finde ich jetzt nicht so geil wenn man jetzt ein bisschen größer stellt ist das ein bisschen weicher ein bisschen besser halt so, wenn ihr jetzt mal schaut ähm, ist das Kind auf jeden Fall ein bisschen dunkler ich finde es nicht zu dunkel und so passt das eigentlich dann geht ihr auf Schei nach innen so mach ich jetzt meistens geht ihr auf Farbdick, äh, Farbdick anwenden ne, abwenden ähm, Farbdick abwenden und, äh, macht das hier, ähm, relativ hoch so auf 100 bis 120 und macht die Deckkraft ein bisschen runter so, dass ihr, ähm, eine gewisse Helligkeit habt dass das so nach innen hin ein bisschen oder, dass die Kanten eben ein bisschen heller sind aber nicht zu krass so eben dann geht ihr auf, ähm, Farbüberlagerung und dort müsst ihr halt gucken was passt jetzt gut ist es eine blaue Farbe oder wenn du jetzt in der Mine bist eine rote Farbe aber hier passt relativ gut blau ähm, und dann stellst du das einfach auf normal und dann 10 bis, also, ähm, 2 oder 1 bis 10%, so, ich finde 15 ist schon zu krass also so bis zu 10%, wenn ihr jetzt nachts ist oder so könnt ihr auch mal auf 15 oder so gehen aber ich würde euch eher empfehlen so bei dieser, ähm, Grenze zu bleiben dann geht ihr auf, ähm, Verlaufsüberlagerung dann wählt ihr diese schwarz-weiß Verlaufsüberlagerung aus geht hier auf Ineinander kopieren so mache ich es zumindest ihr könnt auch die anderen Presets auswählen ähm, Heichi nutzt meistens halt, ähm, Ineinander kopiert oder kopieren und dann, ähm, haue ich die Deckkraft so ein bisschen runter und dann seht ihr halt, habt ihr diesen Effekt dass das oben ein bisschen heller ist als unten weil eben auch oben meist euer, eure Lichtquelle ist beziehungsweise die Sonne in dem Fall so, dann haben wir die erste Ebene sogar schon fertig ähm, ich werde euch in die Beschreibung diese Project File als Download Link, äh, zur Verfügung stellen da sind auch dann halt die Render drin ist ja auch kein Ding jetzt ähm, dort werde ich euch mal, ähm, die Presets geben die ich hier eben habe ja, so solltet das passen und, ähm, das ist eben das erste Preset wenn ihr das fertig habt, kopiert ihr diese Ebene wieder das könnt ihr auch machen, indem ihr SDRG, Alt und eine Feil, eine beliebige Feiltaste drückt dann seht ihr halt, könnt ihr die so bewegen ähm, und dann kopieren die sich halt auch aber ich, mach das meistens so, ist eigentlich egal aber so bewegen die sich halt so ein Stückchen so mit den Feiltasten also, sprich, wenn ich jetzt, äh, das kopiere dann bewegt das sich immer ein Stückchen nach rechts deshalb, das ist nicht so geil aber, so soll das auf jeden Fall passen dann nehmt ihr, ähm, beide Ebenen geht rechtsklick, Ebenenstil rastern dann sind, äh, die Ebenenstile jetzt gerastet ähm, trotzdem, die Presets sind immer auch hier das heißt, man könnte die theoretisch kopieren indem man einen Rechtsklick macht und Ebenenstil kopieren das könnt ihr gerne machen die Presets, wie gesagt, sind in der Beschreibung da könnt ihr das einfach, ähm, nehmen und eben, ähm, für euch selber übertragen ähm, ja, das sind jetzt so die ersten Einstellungen die ich übernehme danach, mach ich immer also, ich hab diese Einstellung übernommen ihr seht, das ist jetzt halt der, ähm sind da jetzt die gleichen Presets da noch drauf nur, dass die halt jetzt so gesehen zurückgesetzt sind und man jetzt wieder welche drauf machen könnte das heißt, ich geh wieder auf 2 nach innen aber nur bei, also jetzt mach ich nur nochmal Schein nach innen da mach ich die Größe so auf, ähm so auf Minimum ungefähr so, so 10 bis 20% und, ähm, die Größe mach ich von, ähm 75 bis 100% so und dann, wenn jetzt zum Beispiel Sonne hier ist gehe ich ein bisschen, ähm, auf Gelb und mach hier so, dass das so ungefähr aussieht so ganz, ganz hellgelb und dann, ähm, hat man eben so einen Sonnen-Effekt ähm, erkennt man ja gut dann probiere ich halt immer so mit dem, mit der, mit der, äh Größe herum so soll das ungefähr passen und dann drücke ich OK ähm, dieses Preset kopiere ich euch auch nochmal das wäre für den Schein nach innen der ist jetzt auch nochmal in der Beschreibung wie gesagt, das ist dann das zweite Preset was man da drauf macht ähm, dann rastert man diese Ebene und, ähm, radiert die Stellen weg wo eigentlich gar kein Licht sein könnte zum Beispiel hier hier überall eben wo kein Licht so eigentlich hinkommt weil hier ist ja, wie gesagt, die Sonne und deshalb, ähm mach ich das hier so weg so dann seht ihr, hier habt ihr eben ähm so eure Presets dass hier eben, wo auch die Sonne ist eben euer Licht hingeht so und seht ihr, habt ihr eben ähm die obere Ebene, wo nur der Schein ist und die untere Ebene, wo euer normale Skin ist das ist ein bisschen verschoben so, es ist richtig dann, ähm, wählt ihr wieder beide aus tut es ihr auf eine Ebene reduzieren und dann habt ihr eigentlich euren fertigen Ränder welcher jetzt, ähm diese Ränder-Effekt hat dann mache ich es meistens noch so dass ich den, äh Screenshot nehme dort eine neue Ebene drüber mache das macht man hier indem man da auf dieses Icon drückt neue Ebene erstellen und dann, ähm mache ich hier einen Pinsel hier so ähm einen weißen Pinsel und mache hier eben so ein bisschen Licht hin ein bisschen die Deckkraft runter ähm ungefähr so dass es halt dass es halt so ein Schein ergibt so, muss man halt gucken ähm, dann kommt ja meistens auch noch äh, der Effekt drauf dass so eine, so eine Art Lichtquelle oder so eine Sonne die man halt aus irgendwelchen Packs kennt ähm, ich nehme jetzt einfach mal das, äh, Crafter Graphics Pack einen Moment gut, dann habe ich jetzt eben mein Pack ähm dieses wird in nächster Zeit ich weiß nicht, ob es jetzt wenn ich das Video hochlade schon draußen ist wenn ich, ist es wie gesagt in der Infocard verlinkt wenn ihr das Video jetzt seht ähm, das werde ich wahrscheinlich verkaufen das heißt, das wird, ähm Geld kosten und, ähm hier seht ihr halt diese Lightnings kann man da halt noch drauf packen diese findet man auch in anderen Packs aber das sind halt wie gesagt selbst von mir welche gemacht die sind extra auf sowas abgeschnitten und ja gut dann haben wir eben, ähm unsere, unsere Lichtquelle und meistens war ich es dann auch so dass ich mir einen Pinsel nehme der schwarz ist dort eine neue Ebene erstelle auf diese Ebene, ähm eine Schnittmaske mache und dann hier einmal überall alles schwarz mache wo eben wieder mal kein Sonnenlicht hinkommt und dann eben ein bisschen runter stelle von der Deckkraft her und dann habt ihr eben, ähm erstes Lightning das wäre jetzt erstmal so ein Tutorial dazu wie man dieses ganze Lightning macht wie man eben, ähm diese ganzen Render Effects macht wie gesagt, ähm findet ihr jetzt in der Beschreibung das, ähm den Download-Link dazu zu diesen, ähm Presets ähm hier auch nochmal das Thumbnail falls damit sich irgendeiner, äh falls irgendwer was damit machen möchte kann es gerne tun da ist halt nichts krasses selbst bei oder so dass das Thumbnail da drin ist wie gesagt ich hoffe euch hat das Tutorial gefallen und ich hoffe es hat euch weitergeholfen ähm schreibt mir auf jeden Fall Tutorial-Vorschläge in die Kommentare und dann werde ich demnächst mal wieder eins machen okay dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ciao schreibt mir auf jeden Fall und dann